jo freunde was geht ab do double g ist für euch hier am schild und zwar wollte ich jetzt einen kleinen freestyle machen und ja was machst du denn da junge alter lass mich mal rein du hast ja keine ahnung hier ok komm alles klar jo lass mal die farry das mal hier jo freunde vorigen wenn ich hier am start jetzt gibt es einen kleinen freestyle hier die nirgendwo noch mal von vorne oh yeah voriging bei voriging bei voriging bei voriging bei voriging bei voriging bei jung hat das war ein richtiger müll alter endlich ist der weg jungs ja freunde was geht ab ich bin es wieder da oder budget ist hier am start heute eine kurze neuigkeit ich habe was vorbereitet für euch was richtig geil ist ich habe einen kleinen track gemacht einen kleinen lustigen funny track ich habe auch den hochzuladen wenn ihr auch bock hat auf einen kleinen funny track dann lade ich den hoch oder soll ich auch ein videoclip dazu machen videoclip dazu nein man was für videoclip wir sind youtuber wir können sich jetzt hier mit rap anfang freunde was wollt ihr videoclip videoclip wollte freunde zu dem track ein videoclip soll ich raushauen ehrlich soll ich das machen keine ahnung halt da ganz ehrlich 100 wie viele abonnenten haben wir denn jetzt 130 140 ist doch das ist doch peanuts da bringt doch nichts da muss man richtig welle geschoben werden so freunde da habe ich folgendes für euch kleine überraschung gibt es wenn wir unsere ok warte 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 es muss was krasses kommen ich habe was krasses vor da muss auch wirklich viel von euch kommen also ich habe dieses gewinnspiel am lauf wenn wir 500 abonnenten haben gibt es ja 25 euro das ist ja so oder so safe dann habe ich jetzt von meiner seite aus ein richtig geiles überraschungspaketchen für euch wenn wir die 500 abonnenten geschafft haben mache ich den track dann haue ich nicht nur den track raus sondern ich mache ein videoclip ich mache ein motherfucking nein freunde das natürlich nicht wir machen einen richtig geilen 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 videoclip raus alles in der regie von doggy3dl kamera von mir schnitt von mir text von mir beat von mir alles von mir ok wir holen uns irgendwie so ein freebeat aus dem internet aber scheißegal wir bauen das ganze alleine auf damit ich euch da draußen zeigen kann jeder kann es schaffen egal was er machen will man muss es nur machen man muss es wollen man muss seine seele öffnen sein herz und respekt liebe dann geht alles von geister ich werde euch beweisen aber da muss doch eine schöne karl am start ich weiß nicht wir gucken mal lasst euch überraschen freunde da wird auf jeden fall ein richtig schönes überraschungspaketchen wie gesagt in dem videoclip auch sein aber ihr müsst auf jeden fall mit wirken freunde sonst kommt das auf gar keinen fall raus wenn ich kein support von euch kriege kriegt ihr auch von mir auch nichts warum soll ich das wieso soll ich meine arbeit und meine kraft und blablabla investieren wenn von euch nichts kommt ja abonniert mich teilt liked ja in letzter zeit geht das richtig durch die decke da bin ich wirklich sehr sehr froh drüber mittlerweile habe ich wirklich glaube ich eine stabile familie aufgebaut hier auf youtube das ist schön da bin ich schon sehr ein bisschen stolz drauf ja würde ich schon so sagen ja auf jeden fall da tut sich was auf jeden fall qualität zahlt sich immer aus herzlichkeit zahlt sich immer aus das ist natürlich wieder die attitüden die ich auch jedes mal versuche euch zu erklären blablabla blub ich rede natürlich wieder mal viel zu viel ich muss aufhören zu viel zu reden freunde aber es tut mir leid ich kann halt nicht anders es ist es einfach rennen wir darin ja freunde also ich danke euch dass ihr euch dieses video angeguckt blablabla blablabla vielen lieben dank dass ihr euch dieses video angeschaut habt ich wünsche euch ein schönes wochenend ich wünsche euch einen schönen tag und ja wie gesagt alles gesagt ich danke euch bis zum nächsten Mal